Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Nachdem wir letzte Woche über die Koloration mit Polychromos bzw. Buntstiften gesprochen haben, zeige ich euch heute mal, wie ich eine sogenannte No-Line-Koloration auf farbigem Cardstock mache. Ich habe mir für heute mal das Magnolia-Stempelzett ausgesucht, da es ja, auch wenn es jetzt gerade während ich diese Aufnahme mache, oder tierisch schneit, doch so langsam auf den Frühling zugehen soll und die Magnolias ja immer mit eine der ersten Blumen sind, die sich zeigen. Ich habe mir grauen Cardstock ausgesucht, ihr könnt aber auch jede andere beliebige Farbe nehmen und ich stemple mit Wörsamark. Wörsamark ist ja nicht nur zum Embossen super, es ist eigentlich ein sogenanntes Wasserzeichen-Stempelkissen, das heißt, man sieht hinterher den Abdruck in der gleichen Farbe wie den Karton, nur in etwas dunkler. Das heißt, ich kann die Linien sehen, ohne dass sie sich zu sehr vom Hintergrund abheben. Und jetzt koloriere ich das erste Blütenblatt und habe da erstmal wieder eine Grundlage mit Elfenbein gelegt, also erst eine helle Farbe. Später habe ich aber gemerkt, dass das gar nicht nötig ist. Ihr könnt also theoretisch auch diese helle Schicht zumindest bei dieser Technik weglassen. Für mich hat das keinen großen Unterschied gemacht. Und jetzt arbeite ich mich von ganz dunkel durch verschiedene Farbtöne zu heller. Das Schöne beim No-Line-Coloring ist halt, dass man hinterher eigentlich gar nicht mehr so richtig sieht, dass es sich um einen gestempelten Abdruck handelt. Das heißt, es könnte auch genauso gut eine Zeichnung von euch sein. Man könnte ja sagen, das ist ein bisschen Cheating. Aber ich finde einfach, dass es auch nochmal so einen ganz anderen Look gibt, als immer mit diesen schwarzen Outlines da drum. So, und wie beim letzten Mal blende ich jetzt also die Farben nach und nach ineinander. Und wie auch schon beim letzten Mal versuche ich, den Stift dabei möglichst flach zu halten, was ihr hier ganz gut sehen könnt. Und versuche mit möglichst leichter Hand die Farbe zu verteilen. Der Cardstock ist so ein bisschen rauer als beschichtetes Papier. Das reicht für Buntstifte üblicherweise total aus. Aber natürlich ist da auch nochmal jedes Papier anders. Da müsst ihr für euch gucken, wie das funktioniert. Das hier ist, wenn ich mich nicht irre, ein Cardstock von Faltkarten. Ich arbeite mich jetzt also so nach und nach hier durch und versuche, die Schatten so zu setzen, dass man hinterher die einzelnen Blütenblätter erkennen kann, obwohl keine Linien mehr da sind. Ich muss mich da immer an ein Zitat erinnern, das ich von meiner Schwester gehört habe, als ich noch sehr jung war. Meine Schwester hat immer gesagt, ein richtiger Künstler schafft das, dass man die Schatten erkennt, auch ohne dass eine Linie drum ist. Oder irgendwie sowas. Es ging eigentlich um Reflektionen von Bäumen im Wasser. Aber sie meinte eigentlich, wenn man es richtig kann, braucht man gar keine Linie zwischen der Landdarstellung und der Wasserdarstellung machen. Und das hat sich mir total eingeprägt bis heute. Und natürlich stimmt das. Wenn man das anständig koloriert, dann braucht man hinterher die Linien nicht, um die einzelnen Areale voneinander abgrenzen zu können. Das heißt, überlegt euch hier wieder gut, wo sind die dunkleren Teile und wo sind die helleren Teile. So, und hier seht ihr jetzt, dass ich zum Beispiel ein Blütenblatt dunkel beginne, weil das die Innenseite vom Blütenblatt ist. Und deshalb grenzt hier eine sehr harsche, dunkle Linie an eine hellere Schattierung. Und so ist natürlich klar, dass hier ein neuer Bereich anfängt. Ich habe euch hier zwei Blütenblätter koloriert, um das einmal zu präsentieren. Habe dann aber beschlossen, dass es für euch mal wieder ziemlich langweilig werden würde, wenn ich euch alle Blütenblätter nacheinander kolorieren würde. Und ihr die ganze Zeit dabei zugucken müsst. Deshalb werdet ihr gleich einen Schnitt sehen, wo die Blume fertig koloriert ist und ich dann auch schon mit dem grünen Teil koloriere. Ich habe viele Fragen gekriegt, mit welcher Spitzmaschine oder mit welchem Spitzer ich meine Stifte anspitze. Hier habt ihr ihn einmal kurz gesehen. Das ist eine Dahle 155. Ich habe aber auch in der Beschreibung alle verwendeten Materialien drinstehen. Ihr findet also in der Beschreibung dieses Videos, welche Farben ich benutzt habe, welchen Spitzer ich benutzt habe und so weiter. Da solltet ihr alle Infos finden. Wenn ihr irgendwelche Infos nicht findet, zögert nicht und fragt mich. Ich versuche, so gut es geht, zu antworten und zu helfen. Auch hier habe ich mir drei verschiedene Töne rausgesucht in grün, um das Blattwerk zu kolorieren. Und jetzt gefällt mir die Blume schon sehr gut. Man kann die einzelnen Blütenblätter gut erkennen. Was ich aber gerne noch erreichen wollte, war, dass sie sich ein bisschen mehr vom Hintergrund abhebt. Und dafür habe ich jetzt einen sehr hellblauen Buntstift genommen, mit dem ich auch mit ganz leichter Hand um die Blume herum koloriere. Hier versuche ich direkt an der Blume selber so ein bisschen mehr Druck auszuüben, um wirklich eine klare blaue Kante zu haben. Und das dann so ein bisschen nach außen hin auszublenden. Das bedarf einiger Übungen. Ich bin mit meinem Ergebnis da auch noch nicht ganz zufrieden. Ich brauche da noch etwas mehr Übung. Aber hier kommt es wirklich darauf an, den Stift möglichst flach zu halten und mit möglichst wenig Druck dann eben immer weiter nach außen zu malen. Ich habe mich hier für hellblau entschieden, weil ich dachte, dass eine Magnolia nun mal sehr frühlinghaft ist. Und auf dem grauen Kartstock, ich finde so dunkelgrauer Kartstock, da muss man immer ein bisschen gucken, dass es dann nicht am Ende aussieht wie eine Trauerkarte. Ich wollte das also ein bisschen frühlinghafter gestalten. Ich dachte, so ein hellblauer Himmel, der sieht natürlich frühlinghafter aus. Ich bin ehrlicherweise auch noch gar nicht so ganz sicher, was ich jetzt mit diesem Kreis anstelle. Ob ich den zu einer runden Karte mache, so wie letzte Woche, oder ob ich den auf eine eckige Karte draufklebe. Ob der einen Rahmen kriegt oder nicht, da bin ich mir wirklich noch nicht ganz sicher. Also ich habe mich für dieses Video wirklich nur für die Koloration entschieden, um euch einmal zu zeigen, wie so eine No-Line-Koloration bei mir funktioniert. Übrigens habe ich mich deshalb für grauen Kartstock entschieden, um auch mal kurz zu zeigen, wie toll Buntstifte eben aussehen, wenn man nicht unbedingt weißes Papier benutzt. Das ist natürlich ein Vorteil, den die gegenüber von Aquarellfarben und auch von Copics und anderen Alkoholmackern haben. Sie sind deckend. Buntstifte sind deckend, besonders wenn man gute benutzt. Und deshalb finde ich, sieht es wahnsinnig toll aus, wenn man sich da ein dunkleres Papier nimmt und da dann eben deckend drauf malt. Und wenn ihr Lust habt, suche ich auch noch mal ein paar andere Techniken raus, mit denen man eben deckende Farben auf dunklerem Kartstock benutzen kann, abseits von Buntstiften. Da gibt es noch ein paar andere Sachen. Ich habe da schon ein paar Ideen aufgeschrieben. Lasst doch mal bitte einen Kommentar da, ob ihr Lust darauf habt, noch ein paar andere Sachen auf dunkleren Papier zu sehen. Ich würde mich freuen. Jetzt habe ich noch mit einem Radierer einfach so ein paar Schmierer weggemacht und versucht, die Übergänge ein bisschen weicher zu gestalten. Und dann war es das schon für heute. Wie gesagt, lasst mir einen Kommentar da. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann.